Jan Dominik sagt eine ganz wichtige Sache, geht es nur mir so oder sind die Nachrichten seit einer geraumen Zeit nur positiver Natur, mir fehlt der FUD, also mir fehlen die schlechten News, feels too good to be true und das ist auch immer so ein Phänomen, in negativen Phasen manifestiert sich das auch immer, dann kommt so viel Schlechtes und alles, was vermeintlich auch gut ist, wird schlecht gemacht und genau in der anderen Phase, wir sind jetzt an einem All-Time-High, selbst wenn die Suchanfragen bei Google noch nicht so explosiv ist und der Hype auch in den Massenmedien wirklich alles andere als irgendwie da ist, merkt man, die Berichterstattung ist trotzdem grundsätzlich positiv und deswegen sage ich euch auch immer, egal was ich euch berichte und egal wie bullisch ich Nachrichten finde, seid da skeptisch, der Jan Dominik hat hier genau den richtigen Gedankensatz, it feels too good to be true, irgendwo ist der Haufen, ja das sage ich euch, irgendwo ist er und irgendwo ist diese schlechte Nachricht und irgendwann kommt auch wieder dieser Moment, wo das Ganze ein bisschen runter geht und dann manifestiert sich wieder diese schlechten Gefühle, deswegen ordnet die für euch immer ein, lasst euch davon aber auf gar keinen Fall dominieren, mitreißen oder sonst was, nehmt die guten News hin, nehmt die schlechten News hin, macht euch euer eigenes Bild und bleibt so nüchtern und neutral wie möglich, denn Emotionen sind Gift für euer Investment, die sind Gift und es ist im Cryptospace sehr, sehr schwierig, da ist alles sehr emotional, jeder liebt sein Projekt, kämpft mit Schild und Schwert dagegen, die würden sofort mit den Missgaben losziehen und die Leute alle abfackeln, die dagegen sind, ich erlebe das ja hier ständig, weil ich ja dann auch über Projekte gut oder schlecht auch mal rede, kriegt man entsprechend auch Feedback, freue ich mich natürlich drüber, weil es immer sehr fundamental das Feedback ist, nicht, aber geht da wirklich mit Verstand, mit Horizont dran und versucht davon loszulösen, dass es eine emotionale Geschichte ist und das rede ich, da rede ich jetzt gerade nur vom Portfolio, nur vom Geld, das Ausprobieren, das Erfahren, das Berühren wirklich, nehmt das voll auf, nehmt diese auch diese Emotionen aus dem Cryptospace auf, diese Aufbruchstimmung, diese Idee, dass wir unsere Welten selber kreieren und auch selber besitzen werden in der Zukunft, nehmt das mit als Inspiration, aber nicht dafür, wie romantisch und toll eure Anlagen sind, ja, die solltet ihr nüchtern betrachten und ganz knallhart faktenbasiert sein, wichtig, 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 immer mitdenken. Musik Musik Untertitelung des ZDF für funk, 2017